Hallo Freunde, ich bin's mal wieder, euer Udo. Heute mal nicht mit Musik, sondern mit einem Kapitel aus meinem neuen Roman. Ein Junge namens Erwin. Eine Ruhrpott-Story zwischen Wahrheit und Fiktion. So waret oder hättet sein können. Als Erich Weiß am Sonntag, dem 15. April 1934, von der Frühschicht auf Zeche-Erin, in Kastro-Brauxel, nach Hause kam, hörte er schon von Weitem das leise Geschrei eines Neugeborenen. Das kann ja nur bei uns sein, dachte er, und ging gleich noch ein bisschen schneller bis an die Tür seines kleinen Häuschens. Er steckte den Schlüssel ins Schloss und schloss vorsichtig auf. Das Babygeschrei kam ihm aber direkt entgegen, in Form der Hebamme, die ein kleines weißes Bündel auf dem Arm trug und ihm entgegenhielt. Da ist es, sagte sie strahlend, es ist ein Junge. Herr Weiß sah kurz in das kleine Bündel, freute sich gewaltig über das schöne Baby. Dann ging er ins Schlafzimmer, wo seine Frau schon auf ihn wartete. Er setzte sich zu ihr aufs Bett, nahm ihre Hände, beugte sich zu ihr herunter und gab ihr ein Küsschen. Das hast du gut gemacht, sagte er, kniff ihr ein Auge zu und fragte, hast du schon einen Namen? Was hältst du von Erwin? fragte sie leise. Jo, sagte er Weiß nach kurzem Überlegen. Erwin find ich gut. Erwin Weiß. Das hört sich gut an. Der soll aber mal nicht auf den Pütt gehen, wie sein Vater. Aus den Erwin soll mal was besseres werden, sagte er. Zog sich aus, legte sich neben seine Frau und schlief sofort ein. Kein Wunder nach der anstrengenden Frühschicht. Während der kleine Erwin auf dem Arm der Hebamme fröhlich vor sich hin schrie. 10 Wunder nach dem Erwin dell sind Lotsum an.